Dieses Reich braucht mich. Gott, nütz dich ja. Ja, einfach. Jo. Trägst du Bärfe, geh ich in deinen Rufhalter um. Du Bär, Mensch. Ah ja. Du? Also Rexha. Der ist doch geändert, wo er irgendwie, ne? Jo. Mach das Charge-Up-Level ends. Ich hab's jetzt gefunden. Ja. Okay. Geh ins Menü. Du drückst Menü. Und geh auf Menü. Mit dem Pointer. Ja, genau. Ja, genau. Geh ich auf Bild. Ja. Bildoptionen. Was? Muss ich da runter? Bildoptionen. Oh! Muss ich da weiter runter? Überfordert. Erweitert. Bildoptionen, da ist es. Genau. Und da müsste irgendwas mit UHD-Color sind. HDMI, UHD-Color, ja? Ja. 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 Muss ich auch machen. Ja. Ja. Sind die TV neu starten? Ja, glaub. Starten. Mein Bildschirm ist dann grad mal schwarz. Ja. Oh, perfekt. Ich hab schon irgendeinen Unterschied gemerkt. Oh jetzt. Ja. Okay. Ja. Ja. Mhm. Ja. Außer man merkt, kein Unterschied. Super. Ja, geil. Ja, nein. Immer auf dem Fernsehen. Nein. Das mach ich schon immer. Ich hab mir alter Fernseher, du schon neuer ist jetzt. Macht's keinen Sinn. Ja, aber der ist noch zugleich. Ich hab mich schon an 48 Zoll gewöhnt. Hat der dann auch eine Millisekundenreaktionszeit, ja? Äh. Nein. Ein Minute. Ja. Es geht. Perfekt jetzt. Ich hab die Gaming-Modelser geschaltet in 60 Hertz. Sinniert. Kann nur Sinn, dass es jetzt kleckt wie ein Schwein. Weil viel Kf ist. Und ich muss den Mauszeiger in Hotz manuell abartig groß machen, sonst trefft man nix. Okay, wir stellen gleich Spur, alles ist so sack groß, aber der Mauszeicher bleibt so sack lä. Das macht Sinn. Ja, gut. Gut. Uh-huh. Okay. Hey. Mhm. 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 Ja, und vor allem wenn ich die Steuerung Alt-F drücke, ne? Kann ich's nicht leise. Ich muss den Nacken verrenkeln und jetzt ist der Sack gleichgeschritt. Äh, was mach ich denn da? Ist, äh, I.O. Ja, hat jetzt nur dein Fernseh... Fernseh hast jetzt 4K eingestellt, ja. Aber ist im Spiel auch 4K eingestellt? Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das Spiel 4K unterstützt. Aber, ja. Echt? Ja. Ja. Ja, das weh, du musst ja nur weil der Fernseh 4K hat, weißt es nicht, dass du 4K siehst. Ja, aber du spielst Rocket League und so, genau, 4K und so. Ja, aber du musst ja die Auflösung im Spiel instellen. Ja? Ja, und? Es ist windowed, äh, oh. Eins, zwei, drei, vier. Ist das wirklich fünf? Es ist windowed Fullscreen, dann ist es immer automatisch 4K. Und so'n still würde ich's merken. Huh! Ohne! Okay, die Flamme! Ähm! Ohne! Und der! Und der! Und der! Ohne! 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 Der. Der ist. Immortal-Funk gibt's da Sind 5 ohne Soweit ich das seh Ah ne, Jaina ist auf Nur der Tod will dich beim Klauen entreißen Ich bin mir sicher, dass es ein Rhythmus die Novo auf der Aura wird Oh, oh, da ist die letzte Nutzung So ist er, so links laut Kommt, der kommt von oben Ja, gut, machen wir einfach Rest kaputt, ne Kommt rechts, oder? Kommt bei uns, der Erste Dann kommt dazu Ersch raus Der Nahkampf dann Feier Feier mal den Diablo, der brenn ich HP Ja, löse Hi, hi, hi Ah, Kerim, Kerim, Kerim Ach Hanna Hätten so wie Sau Ja Soll ich Level 4 hole, oder machen wir da oben weiter? Oh, B Ich hab kein Mann noch mehr Oder so gut wie kein Mann noch mehr Ich bin erst drin, drin, drin Ah, da hab ich nicht gerät B Ja, ich bin B Ja, ich bin B Ja, ich bin B Okay Gut, geh ich nur noch Ich füsche Jetzt geht's ab Komm ich hoch und lecker, na? Ja, ja Ja Ehm Okay Okay Servus. Servus. Ich werde zurückkehren und die Himmel werden brennen. Da ist du noch eine Sille. Jo. Okay, wenn am Ende. Oh, ich kenne die Arle. Keine Ahnung, du bist ja getan. Solange du in der Arle ist. Ich habe mich ja keine wegputle. Meine Macht wächst. Ich habe mich ja jetzt ohnehin putle. Mal gucken, was da so kommt. Ähm. Die Maria-Camp. Die Maria-Eichnes-Camp, ja. Die Maria-Eichnes-Camp, ja. Verlaub. Diablo, das ist mir genug, ja. Ah ja, ich komme dann, sobald ich bereit bin, ne. Dauert noch ein bissel. Dann käme ich zu diesem Camp. Dann käme ich zu diesem Camp. Dauert noch ein bissel. Ich bin ja auch. Ja, aber komm. Wie tun wir jetzt auf und was wegmachen, dann weg. Ja, komm wir hoch. Hopp. Oh, wieso? Ja. Wow. Wow. Ja, die Hand ein bisschen CC. ja nun genau so sind jeder von den ACC außer die Nova, das ist nicht schaue ganz lauer wir noch ja stimmt jeder hat CC bei denen, bei uns da ist aber einfach so hier vorgeplatzt ja platzt einfach so die Diablo ach ist der Uta dabei wow ok, ich bin halt leider irgendwas drin 2005 wenn ich moa Robert gehen wir noch überwarte ich überhaupt hier sein unser Ruhm erfüllt das ganze Land oh, geht er weg oh, nette Leute ja, 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 ich dachte ich hätte noch bisschen mehr Essenz aber das muss auch die Kiepwand am Ende der gerade den Begriff A-Griff zu wäre ja, da bin ich glatt, du bist tot aber bekommen sie mit Sicherheit, Nati ja, das weh, wenn man es Nati ist, dann sind sie fünf ne, bei dir doch, einfach die Logik wenn sie nicht sie stehen, sind alle ne, weiter ja, sind sie da machen wir aber das Camp, oder? die sind alle ohne alle ohne zwei, drei ohne zumindest die sind alle ohne, alle ok machen wir das Camp und pushen vielleicht unten so, lassen wir es auch einfach lave und gehen unten ja so wäre Nova gewesen, bitte dann bist du jetzt allein, weil ich bin gerade eine ohne GY na gut, ich bin auf dem Mount, hoffe ich red mich nicht ja es geht da war auchani doch, aber vorsichtig, der lag schon gerade mit drinnen ja auch wir sind alle tot nice noch okay wo ist dich, da oh wie gesagt wir sind mal dort ja also wenn ich sehe bist du hart Ah ja, dieses Moschel, das kann ich vorhersehe, ja. Diese Feederei. Jo, da habe ich alle schon reported gemacht. Ich hab nix zu machen auf der App, nur zu viele. Das heißt, die kommen alle zu uns. Ja gut, ich bist dort. Ah ja, Schatten schau mal, ich will voran das. Geh mal guck, ob ich die Bainer krieg. Oh, da ist noch ETC dabei. Ich Feed. Oh, schau. Ich den Feed, ja. Feed, den ich. Oh, dann lassen sie mich einfach weg. Hallo. 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 Äh, ich konnte einfach nicht mehr... Äh? Oh, was ist das? Ach, ich hab mal ping von 1000. Ping von? Jo, ich hab mal ping. Alter, ich kann nix machen. Ich bewege mich nicht. Hallo, ich bewege mich nicht. Also, ich seh nix mehr hier. Hallo. Also, bei mir ist alles normal. Was is'n? Nein, ich hab sauber. Also, ich hab eine ping von 3000. Ich hab Verzögerung, das ist unter aller Saal. Was is'n mit der Äpfel? Also, ich hab 3.050 MS-Rausstellung bei euch. Also, ich hätt' ich gern heiter, ne? Aber es dauert immer 5 Sekunden, bis er sich weiterfliegt. Stimmt mit euch nicht. Hallo. Ich kann nix machen. Ja, also, ich werd... Okay. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Die Fiete wie die Ochsen. Geil. Also, ich hab da um... War bisher erhöhter Bing. Aber nur gut, an mir ist das Netzwerk-Symbol. Also, ich lecke immer noch. Na, aus geht's so. Ja. Leck jetzt einer. Haben wir all genug HP zum lecken? Pilot Nc. Ja, lecker. That's it. Ja, wenn's nur ETC ist, aber geleckt wäre. Wenn der Tod ist. Okay, ich... Ich glaub, es geht wieder. Aber rings over. Jetzt hätt' ich's nur zweck. Aber na, aus geht's so. Na ja, gut, sind dann die Jaina. Oh nein, doch nicht. Oh ja, das war nice. Mach auch die Wave, dann... Kann man in Ruhe, du Immortal machen, oder? In Ruhe? Ja. In Ruhe. In Ruhe, ne? Äh... Servus. Achso. Oh, äh... Ich dachte jetzt der für weit. Okay. Okay, dann lassen wir ihn halt einfach. Ja. Ja. Hätt' man in Ruhe gemacht. Ja. Ah ja. Ich dachte ja an Stefan, nicht an den Sargreifer. Nein, wir waren ja zu fünf, da haben wir immer alles gut. Hä. 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 Ein solches Level, ein Level V-Jell hab' ich rausgeholt, der jetzt wieder weg ist, ja. Oh ja. Perfekt. Jo. So machen wir's. So machen wir's vor gleich aufgeben, weil... Ja. Na, gibt's voll. Seht' ich da. Ja. Ja, das seht' ich. Ja, drin gehen kann ich da glaub' ich nicht. Ich komm da raus, ich bin Autonist. Nö, 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 so nett. Gänne, hast nicht. Ob ich unser Camp mache wolle? Okay. Die sind da auch, aber die kann nur Mosche, ich kann nur da drin gehen, als erster. Hallo, du wett gefeet. Ja, du wett gefeet. Du wett gemoscht. Alter, ist das so schiefen Mosch. Na, ich wusste schiefen Mosch, das waren fünf, oder? Äh, ich geh mal ohne Devon, oder? Mach's mal Lava. Hä? Okay. Oh ja, Nova. correspond to system. Und sitze vor deinem wahren Helm! Du wolltest glaub... Ah, okay. Mach' ihr Kampf? Komm, oder her? Ich sehe eine Butcher, oder was? ich kann nicht nur, ich bin drin ich habe nicht gesehen, ich war drin bloß die Nova die kommen, die kommen, rutschle ich darf raus ja, ok die haben dich, die haben dich, die haben dich die haben dich, die haben dich die waren 5 oder? und wir sind A5 ich glaube, es hat weniger mit 5 Leite zu tun, als mit 25 Muckstock das ist kein Sinn, ja ja gut das ist normal wenn man fliegt, dann verliert man, ja und wenn Nova mehr wie ein Killkrieg, dann heißt das meistens, dass man verliert nicht einmal gestorben ja ja, das ist normal das ist nicht normal, das passiert irgendwie nie die so einfach zu killen ok das ist von denen alle die einfachste zu killen also vielleicht die Jaina, die ist noch einfacher ob die ein bisserl CCern ja 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 Die kommen gleich da her, lassen sie es ran, wenn es denn muss. Jetzt werden sie gleich in der Mitte, oder, oder, mit Sicherheit dauer, sind sie nett, ok, sind sauber. Trägt mal unten wo das vor, schnell in, irgendeins? Ne. Die Latze ist unser Keep. Dann drägt mal schnell das vor in. Ja, dann haben wir verlaut. Ja gut, dann geben wir uns nämlich beide. Wolltest du bitte, ich komme da hinten raus. Und die Stunner können da Tarnis nichts machen. Ja, da haben ungefähr drei Charaktere, die nicht rauskommen, wenn sie irgendwo drin sind. Das ist gerade schlimm, das war. Ne, falte hier nicht, ich die Stunner, sie ehren, wenn die noch zu kasseln. Ja. Ey, er hält mich rum, rammt mich, die WC rutschig. Jo, und wir haben, wie gesagt, wir haben die Hacker, Butcher und, äh, Artanis, kommen alle drei nicht raus. Ja, aber Artanis ist unsterblich. Ja. Ja. Das ist Lüge, das sag ich nur, äh, hm, wenn's, wenn's grad lustig ist. Er ist nur unsterblich, wenn die Steams nicht zu Google, wie er drin kämpft und verreckt. Jo. Artanis ist so ziemlich unsterblich, wenn drei Out-G, drei Out-Attacker, die alle blind sind, und einfach an ihm stehen bleiben. Alle andere Fälle sterbt er einfach so. Außer wenn du alles nimmst, wo ein Schild drauf steht, dann überlebt er zwei Sekunden länger. Nach unserem Triumph kehrt in diesem Reich wieder Hoffnung ein. Tja. Das war's. Vielleicht gehen wir noch zwei an sich bevor der Immortal an der Haus, ja, kloppt. Das Böse kann sich meinem Blick nicht entziehen. Vielleicht auch nicht. Das ist so überstrich. Jo. Wer von denen blendet mich eigentlich? Äh, niemand. Ich war grad zu 100% geblendet schon. Ne paar Moves rein. Das ist ein Extratch-Manager? Ja. Ähm, das wär dann wahrscheinlich... Wo ist denn das? Block von Diablo? Ne? Block vom User? Ne? Macht keinen Sinn. Bin mir so sicher. Na? Dass ich geblendet war. PC kann sowas glaub ich auch nicht. Ne? Hat bestimmt irgendwer, er blockt Thailand oder sowas. Und dann hat er ja allgemein das verbuggt so dass es die selbst abblendet. Was nehme ich denn jetzt? Hier liegt ernst. Wettkwied. 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 Wettkwied.